Ich habe ja aber echt kein Eisen. Wie soll ich denn ohne Eisen was machen? Wir werden angegriffen. Runenkrieger, zu mir! Ah, hier ist das Eisen. Okay. Da ist der Zugang in die Festung. Okay. Dann kann ich gerade sagen, was ich will. Ich mag die Map nicht. Wir werden angegriffen. Der Wald kann hier nämlich von überall kommen. Fleischjäger. Hier eine Menge Fleischjäger und Schlurfer. Und ich sollte hier wirklich mal den hier überschreiben. Das war nämlich jetzt schon recht knapp. Jawohl. Was wiß ich? Was? Was? Vor allem ist da auch noch so eine doofe Sache. Wir haben als Zwerge keine Defense-Gebäude. Jedenfalls im Augenblick haben wir keine. Okay, ja, der Feind kann aus allen Richtungen kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, müsste ich nur den Durchgang bewachen, wäre es kein Problem. Aber ich muss ja so ziemlich alles hier bewachen. Okay, dann lassen wir die Spiele mal beginnen. Vor allem, ich muss hier eine Schmiede und eine Schmelze irgendwie hinquetschen. So, dann möge es beginnen. Was steht an? Lasst uns anfangen. Und los. Kleinigkeit. Schon unterwegs. Ja, der kommt angeschlichen. Jetzt wird er etwas schneller. Tja, und da kommen sie aus allen Richtungen. Ich höre. Frisch ans Werk. So, ein Fleisch hier. Wir werden angegriffen. Stand halten, Männer! Dann werde ich mit den Arbeitern dann erst einmal ein kleines Haupthaus errichten. Hier in der Nähe vom Monument. Gibt es Arbeit? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ich höre. Gibt es Arbeit? Das wird ein Meisterwerk. Gibt es Arbeit? Gibt es Arbeit? Gibt es Arbeit? Gehe ich aus dieser Richtung. Oder immer nur hier hoch. So, ein Steinmetz. Jawoll. Wird gemacht. Ich höre. Oh. Okay, du kommst hier drüben lang. Was wollt ihr? Ich höre. Kleinigkeit. Dann warten wir jetzt auf das Stein für die Schmelze. Kleinigkeit. Wir werden angegriffen. Gibt es Arbeit? Okay, die Schmelze passt nirgends mehr hin. Kleinigkeit. Oder stehen die... Kleinigkeit. Okay, sie passt grad so hier hin, wenn ich sie etwas drehe. Das wird ein Meisterwerk. Und dann etwas enger. Tja! 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 So, ihr errichtet dann gerade noch eine Schmiede. Frisch ans Werk. Als nächstes errichten wir dann schon mal ein Nahrungslager. Das Gebäude ist fertig. Ja, Krieger habe ich leider noch keinen. Er wünscht? So, Nahrungslager. Einfach mal so hier in die Mitte flanschen. Wird gemacht. Als nächstes sparen wir Stein fürs mittlere Haupthaus. Wie gesagt, solange keine Untoten von hier drüben kommen, soll es mir recht sein. Können wir ein großes Haupthaus, die Mundsilberhandel, das Gebäude ist fertig. Kinderspiel. Äh, nicht das große, das mittlere. Wir haben kein großes Haupthaus. Also dauert es noch eine Weile, bis wir den Nidhalf-Titan mal haben werden. Und ja, ich werde trotzdem als erstes die hier wegmachen, damit das ungute Gefühl einfach weg ist. Dann hier unten, ich glaube, die hier in der Ecke, die behalte ich mir als letztes über. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Haupthaus. Bis zum nächsten Mal.